Ich habe eine Schiffsreise gemacht mit meinem Weib, da sind wir 14 Tage lang ums Mittelmeer rumgefahren, auf der Aiga, und am letzten Tag, wir haben gerade eine Unterwelle zur Stadtbesichtigung hinein, nach Venedig, nach der Schneewart stehe, halt sofort, ah, halt, wir müssen nicht 50 Euro zahlen für den Obstsalat. Ja, halt, aber nicht mit mir, gell? Elabend hat der und der Bahner meine Frau verführt, auch 100 Euro, sind bei 14.8, 1400 Euro. Minus den 50 Euro, das ist die Obstsalat, dann kriege ich noch 1350 Euro von ihm. Okay, gleich schrie mit Hinten und Füßen, hat meine Frau nie ergrennt. Das ist mir scheißegal. Elabend ist dann der Bar zur Verfügung gestanden, aber da gezahlt.